Legen Sie sich auf die ganze Rolle und finden Sie eine angenehme Ausgangsposition. Aus dieser Position können Sie einzeln oder kombiniert Ihre Arme und Beine anheben und senken. Versuchen Sie bei allen Übungen, Ihren Rumpf stabil zu halten. Durch Ihre erhöhte Position auf der Rolle haben Sie Platz, um Ihre Arme kreisen zu lassen und Schultern zu mobilisieren. Zur Aktivierung Ihrer Bauchmuskulatur können Sie bei allen Übungen zusätzlich Ihren Kopf anheben. Bei den Beinhebeübungen sollten Sie erst mit Übungen starten, bei denen jeweils ein Fuß am Boden bleibt. Auch bei diesen Varianten kann Ihr Kopf angehoben werden. Nach Übungen mit angewinkelten Beinen können Sie zur Intensivierung auch Ihre Beine strecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Koordinativ schwierig wird es, wenn Sie Beine und Arme diagonal bewegen. Lassen Sie für mehr Stabilität einen Arm am Boden. Ihre Bauchmuskulatur können Sie in der Bauchmuskulatur bewegen. Sie können Sie isoliert trainieren, indem Sie Ihren Oberkörper aufrollen. Lassen Sie dabei Ihre Arme parallel am Boden und schieben Ihre Handflächen nach vorne.